In diesem Video zeigen wir, wie LED-Streifen mit einem gewöhnlichen Lichttaster gedimmt werden können. Wir verwenden einen Taster der Firma COP. Andere Taster funktionieren genauso. Eingesetzt werden diese Taster meist für 230 Volt. LED-Streifen arbeiten aber nur mit 12 oder 24 Volt. Mit einem LED-Controller und einem kleinen Funkmodul können wir den Taster auch für das Dimmen von LED-Streifen nutzen. Wir haben hier bereits alles fertig verkabelt. Das Netzteil ist an 230 Volt angeschlossen. Am Ausgang des Netzteils befindet sich der LED-Dimmer und an diesem ist der LED-Streifen angeschlossen. Zuerst testen wir den Aufbau. Nach dem ersten Einschalten sollten die LEDs mit voller Helligkeit leuchten. Der LED-Dimmer kann über Funk gesteuert werden. Es sind zahlreiche Funksteuerungen verfügbar. Hier verwenden wir aber ein besonderes Modul, das mit einem gewöhnlichen Lichttaster gekoppelt werden kann. Das LK55P. Dieses kann hinter dem Taster in die Unterputzdose gelegt werden. Prüfen Sie gegebenenfalls auch, ob eine Batterie im Funkmodul eingelegt ist. Der LK55P hat drei Anschlussdrehte, die mit dem Lichttaster verbunden werden müssen. Achtung! Weder der Taster noch das Funkmodul dürfen mit dem 230 Volt Netz verbunden werden. Verbinden Sie den On-Draht des LK55P einfach mit der Ausgangsseite des Tasters. Verbinden Sie dann den Off-Draht ebenso mit der Ausgangsseite des Tasters. Verbinden Sie schließlich den COM-Draht mit der Eingangsseite des Tasters. Jetzt können wir den Taster an den LED-Dimmer anlernen. Drücken Sie hierfür kurz die kleine Learning-Taster am Dimmer und danach auf den Lichttaster. Die LEDs sollten kurz aufblinken. Nun ist der Wandtaster an den Controller angelernt und Sie können mit diesem ab sofort die LEDs steuern. Kurzes Drücken schaltet die LEDs an und aus. Langes Drücken dimmt die LEDs auf und ab. Mit einem Doppeltaster können Sie das Auf- und Abdimmen auf getrennte Tasten legen. Ebenso können Sie damit zwei Funkmodule für zwei getrennte Lichtzonen ansteuern. Zum Schluss können wir alles in eine gewöhnliche Unterputzdose einsetzen. Das kleine Funkmodul sollte problemlos hinter den Taster passen. Ein Sichtkontakt zum Controller ist nicht notwendig. Für größere LED-Installationen bieten wir LED-Controller mit mehreren Ausgängen und bei Bedarf auch Repeater.